Hi meine Lieben, ihr wolltet jetzt endlich meine nächsten Zeichnungen sehen. Ein paar sind nicht so gut geworden, weil ich mit Kugelschreiber arbeiten musste, weil ich kein Bleistift gefunden habe. Aber dann habe ich eines gezeichnet mit Bleistift, nein zwei sogar, zwei sogar mit Bleistift. Und ich fange mit den schlechtesten an. Sehr schlecht geworden, ich weiß, weil ich Kugelschreiber benutzt habe. Das hier, dann das hier, das sieht auch nicht so ganz toll aus. Dann das hier, das habe ich jetzt mit Bleistift gemalt. Das sieht man nicht so gut, aber ist toll geworden. Und da, wo sie krank ist. Und ja, schreibt mir einfach in den Kommentaren, wenn ihr noch mehr Zeichnungen wollt, dann zeige ich das euch. Okay? Bis dann, eure Banyan Turuka. Tschüss!